Oh Gott, ich habe schon auf Solospielen Auslösen geklickt, ja, ja, alles klar. Ich ändere mal meine Haarfahrer, wenn du behauptest. Ah, warte, ich kann dich jetzt schon einladen, steht hier. Bevor ich auf Online-Spiel gehe. Oh, was? Und zwar links gibt es ja über dem, über dem, hier gibt es ja Mehrspieler und Kostümenden. Links, ne? Das habe ich einfach auf Dreieck gedrückt und dich einladen. Ah, da ist Dreieck, ja, alles klar, perfekt. Dann kann man die Freunde sozusagen gleich einladen. Ah stimmt, Frisurfarbe kann ich machen. Ich kann nur die Frisurfarbe und die Augenfarbe, das ging nicht einzig. Augenfarbe, auch, dann mache ich das auch mal. Ja. Mehr ging nicht. Mal wenigstens einen kleinen Unterschied, nicht groß, aber ein bisschen wenigstens. Ich sehe die Unterschiede der beiden Augen nicht. Warte, ich sage dir was, ich könnte dir sagen, wo waren das jetzt? Wie kann ich denn? Ach, hierbei klein. Genau dasselbe. Ähm, und zwar ist das... Ach, da sind vier verschiedene, jetzt sehe ich es. Nämlich das mit dem blauen. Ja, hier in den Augen. Ja, gibt ja nur grünen oder braun. Aber wenn ich dich jetzt schon eingeladen habe... Bin schon drin. Ja, aber warum eigentlich? Weil dann brauche ich ja nicht auf Online-Spiel zu drücken, sondern wir können beide Solo. Oder lokal. Ich probiere mal, wenn du jetzt auch Solo-Klicks, was passiert. Und jetzt bin aber nur ich dann zu sehen. Ich gehe nochmal zurück. Lokale Spiele. Stimmt, ich auch. Aber lokal ist wirklich lokal. Das war in seinem Raum, ne? Multiplayer lokal steht oben, also ich denke, wir machen jetzt Online-Spiel einfach. Dann gehe ich mal bei Online. Du könntest ja mal testen. Private Spiele erstellen. Ich kann auch nichts erstellen. Du bist der Einzel-EU. Zufälliger Kurs. Schüsse pro Runde machen wir einfach mal angegeben 10. Zeit für den Schuss 60 Sekunden ist in Ordnung, oder? Oder halbe Minute? Ja, wir spielen ja, wir machen ja eh, also wir halten ja hier nicht auf mit Absicht. Klassische Punkte, keine Ahnung, was das klassische Punkte bedeutet. Ja, ich glaube, wieder Schlag 1, oder? Ja, okay. Dann machen wir klassische Punkte an. Power-Ups. Power-Ups, wir machen das einfach mal an. Mal gucken, was da ist. Ball-Kollision. Also Ball-Kollision auch. Das ist doch... Auf jeden Fall. Das ist lustig, oder? Ich denke, springen erlauben. Spring erlauben. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir machen einfach mal an. Ballform-Standards, so. Ist vielleicht auch ganz gut, dass du es den anderen... Dann können die anderen auch gucken, was man so einsteigen kann. Ist ja vielleicht auch ganz cool. Suche nach Spielern. Ah, jetzt bist du auch da. Guck mal, ich suche. Ich gehe mal in dein... Ich glaube, mich hast da eingeladen, das habe ich gesehen. Ich gehe mal auch auf Twitch, dann sehe ich auch mal, was du hier machst. Ich habe ja gar keine Ahnung, was du machst. Auch oft. Nein, wir los. Scheiße, Werbung, geil. Dein Kanal ist voller Werbung, Mann. Ist doch gut. So, ich weiß... Achso, ich kann... Achso, es geht schon los. Äh? Wo kann ich also in dem weißen Feld... Ah, okay. Das ist ja bloß. Aber ich bin gleichzeitig, okay. Oh Gott, ich habe viel zu doll gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man schlägt. Nach hinten ziehen. Nach hinten und nach vorne ziehen. Ich habe zum Beispiel viel zu doll gemacht. Oh, da bist du auch. Ich habe voll aufgeladen. Ach, jetzt kann ich springen. Ah, okay. Und dann bin ich springen. Ah, okay. Mit den sechs. Aber das bringt gar nichts. Wie kann man ja den Ball stoppen, sonst kommen wir ja gar nicht voran. Wie kann ich denn die Kamera besser einstellen? Achso, okay. So. Ah, Mann, das wollte ich gar nicht. Ach, fuck. Ja, es ist ein bisschen reinfinden jetzt, glaube ich, noch. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Erst die Kamera drehen noch ein bisschen. Wie mache ich denn jetzt? Langsamer? Das ist fast zu leicht. Boah, das war schon zu schnell. Krass. Boah, das ist voll schwer, langsam zu machen. Ups, jetzt habe ich auch zu sehen Pause gemacht. Zurück. Okay. Äh, was ist mit mir jetzt? Warum sehe ich nur dich? Ah, nee, jetzt bin ich. Was bist du? Okay, ich habe erst mal ein paar Schläge zu viel gemacht, weil ich nicht wusste, wie man langsam macht. Aber jetzt... Ich kriege das nicht hin. Entweder mache ich zu fest oder zu langsam. Du musst einfach ein bisschen doller hier richtig schön rufhauen. Du musst bloß an der blauen Wand vorbei. Musst du mal gucken mit der Kamera. Na bitte, geht doch. Jetzt kannst du versuchen, einen zu lochen. Perfekt. Du hast mit einem eingemacht. Ich habe auch 50 Mal probiert, weil ich noch nicht so langsam mache. Gut. Oh, ich glaube, man kommt rein. Ich hoffe, man levelt sich auch auf. Ich hoffe, man levelt sich auch auf. Ich hoffe, ich will ja auch Kleidung oder so mal gewinnen, ne? So, ja, auf jeden Fall hier in die Ecke. Ich auch so. Oh, das sind Power-Ups. Ach, das sind die Power-Ups. Man kann die einsammeln. Hallo. Das habe ich gar nicht vorgehabt. Ich habe doch gerade ausgemacht. Komisch. Ich habe mal ein paar Power-Ups. Hey, wie hast du das gemacht? Ach, mit X? Ah, hätte ich auch machen können, ich Idiot. Können nur Pro-Fix. Ja, geil. Boah, das ist er mit einem Schlag da jetzt hingekriegt. Da war auch Magnet, also das geht leicht. Du kommst ruhig bis hin. Ah, ich war einfach zu Glück. War ein bisschen zu toll. Birdie! Yeah! Ah, du auch. Ja, gut, dass du mir das mit der Rakete gezeigt hast. Ich bin ein fairer Spieler, noch. Jetzt müssen wir wahrscheinlich aufpassen, ne? Jetzt gibt es ja noch extra Schwung. Holy Mann! Aber es ist leicht gewesen. Mit den Magneten in der Mitte ist das leicht, ja. Okay, ich dachte, das wäre ein bisschen schwerer. Okay. Wir müssen mit dem Magnet ausschalten, wenn es geht. Vielleicht müssen wir die Extras irgendwie ausschalten, sonst ist es ja zu einfach, oder? Ja. Oh, hier bauen wir uns mal eine eigene Bahn. Mit schönen Schwierigkeiten. Das ist eine easy Bahn hier. Okay, ich probiere es ganz anders. Hm, hat der überhaupt nichts geändert. Und dann gleich, glaube ich, zu deinem. Sag. Die Bahn sind zu einfach. Oh, du hast ja mit einem Schlag hingekriegt. Natürlich, ich bin ja ein Profi. Nein. Ich hatte Glück. Äh, ist das falsch, oder? Ich habe aus Versehen, ja. Ich habe schon aus Versehen gesetzt. Ey, was soll das denn jetzt hier schon wieder? Das ist viel zu leicht. Na toll. Ich habe einfach gar nicht gerade gespielt. Ich habe einfach nur gerade spielen müssen, oder? Ja. Uh. Ich wollte die ganzen Extras einsammeln. Nochmal Gleichstand. Okay. Ich gucke mir mal die Bahn an. Ist denn hier überhaupt lang? Mit vier kannst du dir die Bahn angucken, ne? Oh, was? Das ist eine komische Bahn. Ich dachte, wie das wäre ein normaler. Ich könnte hüpfen, wenn ich will. Na toll, ich habe die dumme Banane getroffen. Oh, bin ich blöd. Ich bin gehüpft und ist aus der Bahn gekommen. Obwohl ich fast am Ende schon war. Scheiße. Ich habe aus Versehen geschlagen. Ich wollte gar nicht schlagen. Jetzt bin ich gegen die Banane geprallt. Ah, du bist jetzt auch da. Okay. Oh, ich war fast unten ganz. Oh, jetzt bin ich schon wieder... Oh, ich war in diesem Sturm. Du auch, glaube ich. Ist auch hängen geblieben, oder? Oh, man kann ja ganz schön schnell rausfliegen. Oh, fuck. Wieso bin ich gesprungen? Ich wäre fast am Ende gelandet. Scheiße. Okay. Die erste Bahn, die ein bisschen witziger ist. Ja, genau da bin ich gesprungen. Aber du siehst mich nicht. Aber doch, das bist du auch da, wo ich bin. Oh, hallo. Hier bin ich. Ey, dein Ball stand im Weg. Das ist... Bin ich irgendwo? Oh, der scheiß... ...helikopter hat meinen Ball aufgehalten. Das ist ja frech. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Oh, jetzt bin ich wieder rückwärts. Dieser scheiß Helikopter, ey. Ja, wo bin ich gerade? Oh, jetzt habe ich auch so sehen rückwärts geschlagen. Oh, macht... Hä? Wo müssen wir denn hin? Zum Ziel? Oh Mann, Charakter ist nicht zufrieden. Äh, ich... ja. Okay. Der stellt sich auch manchmal so ein bisschen falsch von ihm irgendwie. Ich verstehe das nicht. Der will dann wieder in die andere Richtung schießen. Und dann drückt man aus Versehen nach hinten. Ich habe hier so ein komisches Stern-Symbol, was ich mit Dreieck... Achso, das ist... Ich kann Emojis machen, okay. Oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist, was ich hier mit Dreieck machen kann. Wo bin ich jetzt gelassen? Ach, scheiße, ich hätte nicht springen sollen. Glaube ich. Tatsächlich. Ich bin wieder ganz... Oh Gott, ich hätte nicht springen sollen. Ich habe den gleichen Fehler wie du gemacht. Bist du wieder gesprungen? Ich wollte auch. Aber ich habe die Rakete nicht gekriegt. Zehn Schläge sind Maximum, okay. Okay, na gut. Das war ja eine witzige Bahn. So. Du machst es wieder geradeaus. Irgendwie ist man nicht geradeaus. Was sollte die Bahn jetzt? Was sollte die Bahn? Besonders ich habe das wieder eingesammelt, statt geradeaus zu spielen. Macht gar keinen Sinn, einen zu sammeln. Oh, war ein bisschen doll. Ja, was soll denn diese gerade Bahn? Wer baut denn sowas? Und ich gucke mir die Bahn nicht mal an, sondern spiele einfach. So, hier geht es hoch. Ah, ich habe schon eine Idee. Oh, da war ein Handy im Weg. Aber wir haben beide die Rakete verpasst, ne? Ah, wir müssen zur Rakete. Wo bist du jetzt? Oh nein, jetzt habe ich... Der hat die Rakete falsch rumgezündet, weil ich gerade auf dem Rückkehrsgang war. Ja, und ich komme nicht weiter, weil ich kann ja gar nicht stehen. Ah, doch, ich kann ja springen, das zumindest. Ah, sehr gut. Okay. Sorry. Was? Ich habe die Rakete auf falsch gezündet. Ah, fuck. Das ist so bescheuert mit der Rakete. Jetzt habe ich den Bogen gekriegt. Ich glaube, wir müssen ohne allen Quatsch machen. Und dann wird es lustig. Dann können wir uns gegenseitig auch aufhalten. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Eigentlich konnte ich dir mal zugucken. Ich stehe schon wieder falsch rum. Was soll der Quatsch? Warte mal, ist auch wieder nur geradeaus, oder? Fast geradeaus. Oh, ein Albatross. Ich bin da rausgeflogen. Warum bist du nicht rausgeflogen? Keine Ahnung. Und wie macht der? Ich kriege überhaupt nicht die... Zwischen nicht so stark und nicht so doll hin. Das ist bei mir immer fast so stark. Ja, ich auch nicht. Ich mache einfach immer dann stark automatisch. Komisch. Jetzt mache ich mal hier gegen die Bande. Das war der Quatsch. Oder man kann vielleicht das auch aufleveln. Man kann ja andere Schläge und Bälle sich ja freikaufen. Ja, auf jeden Fall würde ich das die Geschwindigkeitsanzeige nicht so extrem... Das ist viel zu empfindlich. Man kann das gar nicht unterscheiden. Wow. Ja, das war zu. Ja, ich glaube, das hängt an den Schlägern. Ich glaube, man kann Schläge haben. Meinst du? Ja. Auf jeden Fall ist das super nervig, dass das so extrem ist. Muss ich sagen. Das sollte ein bisschen besser sein. Mal gucken, was die Einstellung jetzt zu bieten haben, wenn wir das nochmal machen. Ich habe jetzt zwei Sterne oben. Ich habe drei. Was steht denn bei dir? Ich habe Level 25. Aber warte, dann gehe ich mal in mein Dings, um mich umzustyllen, wenn ich schon fünf... Moment. Ne, die zählen nicht. Die zählen tatsächlich. Ich habe irgendwie so 25 und Amateur 1 stehen bei mir. Ich weiß nur nicht, was die 25 bedeuten. Bei mir steht eins. Du hast eins und ich habe 25, okay. Du kannst bei fünf jetzt nichts auswählen, ne? Also wenn da irgendwo eine fünf steht? Ne, kann ich... Oder? Hier steht Avatar-Gegenstand für fünf kaufen. Ich mache mal ja, aber ich habe keine fünf. Warte, ich... Oder... Ja, doch. Du hast nicht genug Karten. Ne, anscheinend kriegt man online die nicht. Ich habe bescheuert, ey. Muss man das erstmal offline spielen, damit man online ordentlich spielen kann? Also wirklich. Also jetzt machen wir... Also was mich riecht, also... Also was wirklich... Warte mal, ich gucke mal bei Optionen, vielleicht kann man irgendwie... Die Empfindlichkeit... Ah, die Empfindlichkeit vom Stick kann man ändern. Oh, ich... Gleich mal ganz nach unten. Was ist denn der linke Stick? Ich glaube immer mit dem rechten... Links ist die Kamera. Links ist die Kamera. Achso. Ja, dann mache ich die auch mal auf Empfindlichkeit runter. Also machst du ganz runter, dann mache ich das auch. Empfindlichkeit rechts und links. Ich habe mal ganz nach unten gemacht, ja. Das ist Vibration. Vibration kann ich mal anmachen. Wum ist Vibration aus. Was ist denn Bewegungssensorfunktion? Oh, das warst du das? Ich habe das nicht. Ah doch, da oben. Ganz oben. Bewegungssensorfunktion. Ich mache mal an. Ich mache mal auch an. So, wieder raus. Das ist gespeichert. So, dann jetzt nochmal nochmal. Gut, dann nochmal online. Das war mir mit dem Schläger, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe zwischen doll und leicht gar nichts hinbekommen. Das war ein bisschen seltsam. Wir hatten gerade zufälliger Kurs gemacht. Wir machen einfach mal... So was anderes. Simons Scherze. Ah, und einfach war das eingestellt. Machen wir mal normal. Ja. Machen wir wieder 10, 10. Klassische Punkte auf. Power-ups machen wir mal aus, oder? Ja, Power-ups machen wir aus. Ball-Kollision an. Springen erlauben. Sollen wir springen erlauben? Ja, ne? Springen ist okay. Gut. Dann los. Da kann man sich auch selber ins... ...ins Knie, ne? Wenn man das übertreibt. Also es ist schon okay. Na dann. Ist ja doch dieses Giant Home. Ob man will... Ob man vielleicht... Äh... Ist das gleiche oder was? Okay, sieht so aus. Ja, ist ein bisschen besser. Auf jeden Fall schon mal. Und ich glaube, bei normal ist der Magnet immerhin jetzt weg. Oh Gott, oder auch nicht. Weil ich hätte gerne einen PS5-Controller, der ein bisschen besser... ...Einsinnlichkeit hat. Boah, Nieder, der ist so kompliziert eingestellt. Das kann man doch viel besser einstellen, oder? Oh, ich krieg den Schlag nicht hin. Hat dich vor Glück gehabt. Was? Du kommst gar nicht... Hä? Er war ja zu doll ist. Das ist ja... Krieg's nicht hin. Das ist echt... Die Empfindlichkeit ist zu stark. Vielleicht brauchen wir doch den Magnet. Ja, aber... Also, das ist aber erst nicht programmiert, oder? Aber ich bin... Ich habe ja Holin-One gehabt. Ja, aber du hast einen PS5-Controller. Die sind ja ein bisschen besser eingestellt. Wahnsinn. Jo, hab ich mal 10 Schläge gebraucht für ein einfaches Loch. So, das behalte ich mal im Auge. Vielleicht machen wir mit dem Magneten dann. Hier ist ja der erste Schlag egal. Was ich aber schlechthin gestellt jetzt... Ich bin rausgeflogen, ohne Sprung. Was soll das denn? Boah, ist das eine Frechheit. Ich hänge hier fest gerade. Ah, okay. Oh, du auch. Du hast mich schön aufgehalten gerade. Nee, das geht gar nicht weiter hier. Oder müssen wir absichtlich zurück? Ja, wir sind zu langsam. Ja. Ich springe mich einfach hoch. Oh, jetzt geht's. Jetzt hat's ja klappt. Nee, bei mir ist genau das Gegenteil. Ich bin jetzt zum Ventilator geflogen. Oh Gott, aber das Loch zu treffen ist trotzdem, auch wenn man oben ist, äh... Oh, jetzt bin ich rausgeflogen, okay. Fächst du noch mal von vorne an. Ah, ich hab jetzt endlich die richtige Stelle erreicht. Schon wieder? Na gut. Out of bounds. Machen wir das mal anders. Und zwar... Das war jetzt zu leicht, okay. Wir haben uns zu leicht geschossen. Hä? Wo ist denn dieses dumme Loch? Wie, wieder runtergefallen? Ach Gott, ich muss ganz schwach machen. Ah, das war zu... Schwach. Hm. Aber wo ist das Loch? Ich verstehe es nicht. Ich bin hier schon wieder hier. Oh Mann, ey. Diese scheiß Empfindlichkeit. Das ist so nervig. Das könnte schon ein gutes Spiel sein, aber so ist es natürlich ein bisschen doof. So, noch einen Schlag habe ich. Dann Gott sei Dank ausgeschieden, denn das Länge ist scheiße. Ich bin raus. Ich hab die zehn Schläge erfüllt. Ich hab das gerade eben noch... immer noch nicht das Loch. Ich war immer noch da am Anfang mit dem komischen... Ich war schon weiter oben, aber ich hab's trotzdem nicht gefunden. Ja, wieso? Ey, dein doofer Ball. Vorher gegengeflogen. War was zukantig. Hör auf. Hör auf, den Weg zu legen. Oh, ich hab das Loch gar nicht gesehen. Jetzt sehe ich den. Och Mann, ich hab mich auch nicht mehr noch gefühlt. Diese scheiß Empfindlichkeit ist so nervig. Nein, ist auch zu fest. Nee, das ist auch wirklich scheiße. Jetzt weiß ich, was du meinst. Was soll ich ja jetzt machen? Kannst du mich mal reinschubsen, bitte? Okay, das ist dumm. Das ist so bescheuert. Du kannst dir... Es ist einfach viel zu stark eingestellt. Das müsste viel langsamer sein. Okay, jetzt hab ich's geschafft. Ja, das ist dumm. Komisch. Vielleicht legt das ein Weh an den Schläger. Ich kann wirklich nichts machen. Bin so nah am Loch. Versuch so... Oh Mann, ey. Ich war schon im Loch drin. Ja, das ist aber nicht gut. Das ist scheiße. Nee, das ist wirklich... Und wir haben die Empfindlichkeit nach ganz unten gestellt, ne? Ja. Und trotzdem ist es noch so schlimm. Oder müssen wir die Empfindlichkeit ganz nach oben stellen? Liegt an Schläger, bin ich sicher. Macht keinen Sinn. Kannst du mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an Schläger liegt, oder? Was ist das denn? Warum ist hier eine Sperrung? Ah, ich hätte springen müssen. Ah, oder? Jetzt geht's auf. Ja, genau. Schnell schlagen. Wir hätten einfach warten müssen. Wir haben einfach viel zu früh geschlagen. Wir hätten einfach auch warten können. Ah. Der scheiß Helikopter wieder. Ah, da sind wir wieder zusammen. Wo ist denn? Wo ist das Loch? Ach. Scheiße, ich kann den Schlag nicht mal abbrechen. Scheiße, ich kann den Schlag nicht mal abbrechen. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Ich probiere es einfach mal so. Ah ja, nach unten. Wir müssen wirklich nach unten. Geht noch weiter. Ach, kacke. Ich bin jetzt unter der Bahn. Hä? Nee, doch, nee. Warum springe ich da? Aber man kann es gar nicht sehen, wo ich hin muss. Ah ja, ich bin kurz vorm Loch und jetzt kriege ich ihn wieder nicht rein. Oh doch. Toll, ich sehe von meiner Perspektive aus gar nichts. Nee, ich habe auch... Man sieht wirklich nichts. Jetzt wird es noch schlimmer. Oh, kommst du ja bis nach vorne. Sogar, ich bin Tiger Woods. Das hat bei mir nicht geklappt. Ah, toll. Da, drei Schläger aufgeholt. Jetzt komme ich. Ich sehe ich aber nur durch... Ich setze mich mal, glaube ich, hierhin. Ach, Mann, ich hasse dieses aus dem Loch. Das macht keinen Sinn. Weil es zu doll ist. Ja, weil es einfach viel zu doll ist. Das ist ein Witz. Das muss man irgendwie einstellen. Wir haben ja schon die Empfindlichkeit zum Einstellen. Ist das schlecht? Oh Mann, ey. Das Spiel wäre eigentlich ganz gut, aber so ist es echt Spott. Ich bin mir sicher, man muss nur gute Schläge sich kaufen. Ja, aber wie lange soll ich denn spielen, um dann gute Schläge zu bekommen? Keine Ahnung. Jetzt bin ich schon noch rausgeflogen wegen dem Scheißloch. Oh Mann, ey. Ja. Ich glaube, ich brauche zehn Schläge. Ja. Ja, tut mir leid. Das hat überhaupt nichts mit dem Schläger zu tun. Wie doll man schlägt. Was soll das Quatsch mit den Schlägern? Also wirklich. Oder wir müssen Magnet wieder einstellen. Ja, das ist dumm. Der muss reingehen. Ne, weil ich zu doll schlage. Der springt dann raus wie in echt auch, wenn man zu doll schlägt. Ich müsste langsam mal schlagen, aber das geht halt nicht. Das ist das Problem. Ich muss nochmal gucken wegen der Empfindlichkeit. Vielleicht muss ich es anders. Ich versuche es dann mal andersrum. Jetzt haben wir uns getroffen. Geil, ich bin gesprungen. Fast ins Loch. Ja, jetzt darf ich wieder einlochen. Jetzt darf ich wieder einlochen, was nicht funktioniert. Geil. Ach geil. Oh Mann ey. Ja, dann macht man ganz schnell und das ist auch zu langsam. Jetzt machen wir wieder zu doll. Geil. Okay, das war nur geradeaus. Das hat man schon mal. Ja, nicht mal das klappt. Na toll. Ey, jetzt hätte ich die Chance gehabt. Ging gleich rein. Oh Mann. Oh Mann ey. Das ist... Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Mann, das ist so schlecht. ist bräuchlich zurück. Und du auch. Das ist so ein doof, das Spiel. Was? Das habe ich gar nicht vorgehabt. Jetzt sind wir wieder hier. Ey, jetzt hast du meinen Ball raus. Du hast meinen Ball rausgeschlagen. Ich war gerade im Loch und dann hast du genau den Moment rausgehauen. Schwein. Und so spielt man Golf. Du bist so ein Schwein. Oh, das ist... Okay. Ist der gleiche vorne. Okay. Haha, geil. Juhu. So, wollen wir mal gucken, ob ich... Jetzt habe ich zu schwach gemacht. Hä? Wo bin ich denn hängen geblieben? Es ist so schlecht mit den... Es ist wirklich... Wir müssen gleich nochmal in der Einstellung gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich probiere es gerade mal. Ich probiere es mal. Vielleicht haben wir es falsch rum eingestellt. Wie muss man Empfindlichkeit ganz nach oben stellen? Ich drücke nur ganz kurz und der haut da auf. Man kann hier wirklich nichts machen. Du musst auch deinen Fernseher anmachen. Ach so, deswegen ja. So, jetzt probiere ich es mal von hier. Vielleicht ist das jetzt möglich. Moment, ist das ein deutsches Spiel? Weil der grüne Punkt gibt es ja nur in Deutschland, oder? Oh, könnte sein, ja. Vielleicht habe ich wieder zehn Schläge. Ja, jetzt macht er langsam, ey. Zu langsam. Die Kameraperspektive nervt jetzt wieder. Ich weiß gar nicht. Ach, da oben, oder? Ach, scheiße. Du darfst als erstes den aufschulen. Ja, hättest du jetzt geschlagen, hättest du verloren. Ey, hier ist das Magnetfeld auf einmal wieder da. Ist das bescheuert? Ich stehe sogar im Feld. Ich werde es gar nicht treffen. Ich stehe gerade im Loch. Ja, bist du drin, oder? Ich bin drin, ja, ja. Warum gibt es hier jetzt ein Magnetfeld? Ja, das ist was. Da ist jetzt, sagen wir nicht. Okay, dann schieben wir einen Regler bei den Einstellungen andersrum. Ich probiere es jetzt einfach nochmal andersrum, ja. Du machst das ja keinen Sinn hier. Du kannst dir ja hier nicht immer abzocken ohne Ende. Welches Level bist du jetzt? 597? Jetzt steht bei mir ein 0, äh, 1. Komischerweise und gerade 25. Das habe ich nicht verstanden. Steuerung, Empfindlichkeit. Ich glaube, das macht einen Sinn mit hoch, genau. Wir schauen mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, Bewegungssensor ist die mittlere Taste, wo du Optionen meistens in anderen Spielen machen kannst. Diese Fläche. Ach so. Aber das ist ja für uns nicht relevant, oder? Vielleicht damit versuchen zu schlagen. Müssen wir gleich mal probieren. Ach so, das könnte ich ja mal probieren, ja. Wenn das wieder klappt, dann muss man wahrscheinlich wieder die Empfindlichkeit runterstellen. Wir testen es jetzt einfach andersrum. Ach, jetzt weiß ihr, was wir sind. Das sind Missionen, die ich gemacht habe. Und ich hatte 25 Missionen geschafft auf einmal anscheinend. Welche Missionen? Ich habe noch gar keine Missionen. Okay, mach weiter. Wenn du... Okay, alles klar. Dann Online-Spiel. Spiel war es einfach. Privates Spiel. Vielleicht kann ich die Missionen nicht erfüllen, wenn ich in Raum bin. Warte, nochmal zurück, weil... Okay. Habe ich jetzt aus Versehen zufälliger Kurs wieder gemacht? Ist ja nicht schlimm. Egal. Ich werde erst mal testen hier. Mach mal erst mal Drei-Bahn, um zu gucken, wie du das einstellen kannst. Das ist schon zu spät, glaube ich. Okay. Falls das jetzt falsch rum ist. Und dann würde ich nämlich nochmal testen mit Empfindlichkeit runter und mit der Funktionstaste in der Mitte wieder. Was ist das für eine Bahn? Wer hat die Scheiße sich ausgedacht? Ja. Das ist ein bisschen besser, glaube ich, oder? Ich weiß noch nicht. Nee. Nee? Okay. Nee. Nee, die Funktionstaste macht nur Pause. Versuch mal mit... Okay. Versuch mal mit dem Pad hier, mit der mittleren Fläche da. Habe ich gerade probiert. Achso. Aber geht irgendwie nicht. Das ist, glaube ich, nicht besser geworden, sondern eher schlechter mit der Empfindlichkeit. Voll die Kamera. Ich habe dieses Gefühl, dass hier... Die Kameraempfindlichkeit ist schlimmer. Oh ja, krass. Aber das ist doch krass. Da hast du die Empfindlichkeit auf die unterste Stufe gestellt und das macht überhaupt nichts aus. Da hat jemand einfach... Die Idee vom Spiel ist ja nett, aber so macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Lass mal gleich in den Klamotten gucken, wegen den Schlägern, ob die spezielle Effekte haben. Ich will da ja online mal lesen, was die jetzt sagen zur Empfindlichkeit. Oh Gott, lass uns mal hier das Spiel beenden. Das macht keinen Sinn so. Das ist ja nur schlimmer als davor. Ben? So, was ist denn? Home? Ich bin schon rausgegangen, ja. Okay. Ich wollte jetzt erst mal gucken, wie man das jetzt macht. So, hier sind Schläger. Oder hier steht nur Stufe. Steht nur... Das ist, glaube ich... Nur der... Ach so, nur die Art des Schlägers. Am Ende kannst du sogar mit einer Axt spielen. Das kann doch nicht sein, dass das so schlecht... Das einzige Wichtige haben sie so schlecht programmiert. Oder was? Kann nicht sein. Ich guck mal kurz im Internet. Das ist ja... Das ist ja schrecklich. Na, guck ich mal. So... Wie hieß das Spiel nochmal? Infinity Miniburth-Kanon. Und wie so, ne? Äh... Infinite Minigurth. Mhm. Gut. Das hat ja eine 4 Sterne Bewertung. Merkwärdig. Das kann natürlich wirklich sein, dass es bei dir ein bisschen besser ist, mit der empfindlichen... Aber so richtig viel besser ist es auch nicht. Gegen deinem Controller. Ich mach nochmal alles auf links. Auf links? Ja, also ganz, ganz nach links. Wir haben einen Zuschauer. Ja, Krono. Er sagt... Oh, dachte... Moment, ist das wieder weg. Oh, dachte... Ich hab Elfen helfen angemacht, aber ist ja nur bogisches Dream. Da, Krono. So. Was machen wir jetzt? Also, ich hab's jetzt wieder ausgestellt, also die Empfindlichkeit auf ganz die... Genau, hab ich auch. Machen wir einfach nochmal Online-Spiel. Ja, andere Wahl haben wir ja nicht, ne? Ne. Ne, na, nur... Wir können... Du kannst ja mal lokales Spiel probieren, aber ich vermute, es ist sonst gleich, oder? Ich geh mal und wenn... Und wenn... Warte, aber hier steht zwei Spieler. Ich probier's einfach. Oh, acht Spieler wollen wir nicht. Ne. Lobby wird erstellt. Ah, ne. Nein. Ne, das ist ein Controller of a Couch. Also müssen wir online spielen. Privates Spiel erstellen. Warte, ich geh mal hier bei den Einstellungen, bei den Turnier... Also bei den Rundeneinstellungen. Ja. Ne, kann man eindeutig nichts anderes einstellen. Ich find auch irgendwie nichts dazu. Ein bisschen wir jetzt haben. Hm. So, los geht's. Mal schauen. Das ist wieder zufällige Welt gemacht. Und immer kommt das Gleiche. Komisch. Immer die gleiche Welt. Dabei waren die anderen Welten auch frei, hab ich gesehen. Also zumindest bei einem zu spielen. Hä? Wo bin ich denn schwer hängen geblieben? Was bin ich denn? Warum bin ich hier so ein doofer Würfel? Was hast du eingestellt? Oh, fuck. Habe ich das... Habe ich das auswesend... Aber warum bin ich dann normal? Warte. Sollen wir nochmal rausgehen? Diese Empfindlichkeit ist so kurz. Ich kann mich nicht mal mehr springen. Ja, ich bin so ein Ei. Sehe ich gerade. Mein Ball ist ein Ei. Vielleicht habe ich das auswesend zufällig gemacht. Das ist wahrscheinlich... Oh, ich hasse diese... Das Spiel könnte doch eigentlich ganz nett sein, aber so... Das ist echt Schrott. Ich glaube, ich habe zehn Schläge wieder gebraucht. Ach, Mensch, ey. Weiter geht's. Oh. Zu doll? Ja, ich bin rausgeflogen. Ich kann nicht mehr abbre... Ich kann nicht mehr abbremsen, leider. Hä? Ach so, weil ich... Ja, weil ich ein Würfel bin, deswegen fliegt der so komisch. Das ist wahrscheinlich... Ach, fuck, Mann. Dieses Dreieck-Würfel-Kack-Scheiß. Das macht keinen Sinn. Das macht mit Würfel-Kann-Scheiß. Nee, mit Dreieck auch nicht. Das ist dumm. Ich würde sogar behaupten, das Spiel ist schlecht. Ja, ich würde auch sagen, das Spiel ist leider nicht... Warum hat das vier Sterne? Also, ich gebe dafür einen Stern. Vielleicht, wenn man besoffener auf der Couch mit anderen spielt. Jetzt ist das Spiel auch noch abgestürzt. Wenn ihr was Cooles spielen würdet, wäre ich dabei. Wir haben aber leider nur Golf. Wir haben schon gerade einen Fehlkauf mit einem anderen Golf-Spiel gemacht. Und das ist noch ein Fehlkauf. Wir gucken gleich mal zum nächsten... Wir suchen mal das nächste Spiel, oder? Würde ich sagen, ich glaube, das Spiel hat sich erledigt. Nächstes Spiel suchen? Ich kann noch mal was machen. Lass mal noch mal eine vernünftige Runde mit normalen Ballen machen. Ich muss eh raus. Ich kann nichts mehr. Ich kann nicht mehr schlagen. Ich weiß gar nicht. Ich gehe jetzt raus. Oh, jetzt bist du rausgegangen. Gut. Ich kann nicht mehr schlagen auf einmal. Dann gehe ich noch mal. Ich kaufe aber nichts. Okay. Also wir haben das jetzt gekauft. Wir haben es gekauft. So kann man es testen. Noch mal so Einstellungen. Brollhaller? Okay, nicht. Brollhaller. Ja, muss ich wieder neue Regeln lernen. Golf ist am leichtesten eigentlich. Der Minigolf wäre ja eigentlich auch noch netter. Ach so, Ballform Zufall hatte ich aus Versehen gemacht. Das machen wir wieder Standard. Das machen wir raus. Dann nimmt man eine andere Bahn statt Zufall. Ich kann das irgendwie nicht mehr einstellen, komischerweise. Ja, aber es ging doch, oder? Zwischenzeitlich? Ach, ist das so ein Beat'em'up? Ich hasse Beat'em'ups eigentlich. Warte, ich gehe noch mal raus. Aber online. Ne, wir machen nur noch eine kurze Golfrunde. Dann hören wir auch auf. Da habe ich wirklich keinen Bock mehr. Ne, das Spiel macht so keinen Sinn. Leider. Ich kann nicht. Ach ja, ach, bin ich blöd. Oben kann man das machen. Oben kann man die Level einrichten. Ne, natürlich. Ich sehe es doch auch gerade in deinem Stream. Ich habe es nicht gecheckt. Gehen wir mal auf Center Factory. Genau, gut. Oder Nightmare ist auch okay. Vielleicht wird es ja jetzt besser. Warte mal. Das grundsätzliche Problem ist wirklich die Schlagausfall in den Spielen. Das macht keinen Sinn. Das macht mir auch keinen Spaß. So wie das ist eingestellt ist, kannst du nicht kontrollieren, wie stark und schwach dein Schlag ist. Ich google mal nach Brollhalla. Oh ne, genau sowas habe ich mit gerechnet. Ne, ich hasse Beat'em'ups. Ich gucke gleich nochmal, ich gucke gleich nochmal. Vielleicht will ich noch ein Spiel. Ich will nur Bälle. Ich kann aber nochmal gucken. Irgendein Beispiel. Oh nein, bist du wieder ein Würfel und ich ein Ei? Das habe ich doch aus. Ja, das ist ja, Entschuldigung. Wir müssen nochmal raus. Wir müssen nochmal raus. Oh ja, okay. Aber wenigstens bist du diesmal dieses dumme Dreieck. Das ist wie Smash, aber das habe ich auch garst. Ich habe verlaufen, weil du rausgegangen bist. Ah, ist doch gut, dass du verloren hast. Also nochmal Online-Spiel, privates Spiel. Und jetzt Ballform-Standard. Wo kannst du das einstellen? Jetzt hier. Bei Einstellung. Ja, ich sehe es gerade. Rocket League. Da muss ich auch, ja. Puh, Problem ist, ich hasse komplizierte Spiele. Willst du dieses Fingerspiel, was du letztens gespielt hast? Das müssen wir im Multiplayer spielen, oder? Welches? Das wurde die Fingerfertigkeit geübt. Ach so, ja, das zum Beispiel. Wieso? Einfach nur klicken, genau. Für mich ist schon Worms am Mageddon zu kompliziert. Aber das könnten wir spielen, das haben wir beide. Nee, Worms habe ich keinen Bock. Oh, mit Magnet, das ist gut. Ey, dein doofer Ball, ne? Schönen Weg. Vielleicht vergessen, dass man da ja gehen kann. Ja, ich bin nicht begeistert vom Golfspiel. Oh, guck mal, aber ich konnte jetzt mit meinem starken Schlag wenigstens einloggen. Wenn man sich überlegt, dass das Spiel 17 Euro gekostet hat am Anfang. Ja, das ist verrückt. Das ist echt, also, so schlecht programmiert für 17 Euro. Also, das ist wirklich ein bisschen frech. Das ist hier wieder einfach nur gerade ausschlagen, oder? Ja, das ist ja Blödsinn, ey. Ja, wer braucht denn so eine Bahn? Okay, scheinbar ist es nicht nur gerade ausschlagen, denn bei mir ist er runtergefallen. Ja, dann würde ich mal sagen, nach der Runde hören wir auf und vielleicht finden wir ja ein besseres Spiel. Ich guck gleich nochmal, ob es nochmal Winnie-Golf irgendwas anderes gibt. Ich verstehe das nicht, wie das vier Sterne bekommen kann, dieses Spiel. Also, das ist doch verrückt. Geil, der Magnet hat mich ins... Dieses alte, meine ich, Magnet hat mich ins Lock gemacht. Das ist ja nicht eingesammelt. Ich kann es noch nicht einsetzen. Das ist ja wieder geradeaus, ey, das macht keinen Sinn, diese Bahn. Ich mag diese komplizierten Level, Dead by Daylight. Muss ich mal kurz googeln, was das ist. Ach, das ist dieses Freddy-Spiel, oder? Wo du vom Killer weglommst? Ich erinnere mich, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich muss mich erst informieren, bevor ich sowas kaufe. Obwohl, das hätten wir beim Golf auch machen müssen. Ja, aber wie... Ja, aber bei vier Sternen, ja, muss ich das machen. Da gehst du ja erst mal davon aus, dass es wenigstens funktioniert, oder? Diese Schlägeempfindlichkeit ist zu lächeln. Also, irgendwie kriege ich das langsam hin mit der Empfindlichkeit, oder ich bilde mir das ein. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an dem Controller von PS5. Der ist ja ein bisschen genauer. Ich brauche es ganz kurz zurückziehen. Es ist ja alles vorbei bei mir. Ah, ah ja, Dead by Daylight ist ein asymmetrike Multiplayer, also weglaufen vor irgendjemandem, das habe ich ja gelernt. Was das bedeutet. Das ist ganz richtig gut, ne? Weglaufen. Ja, weglaufen kann ich. So, wir warten nur noch darauf, dass ich zehn Schläge habe. Aber es ist ja nicht ein bisschen sexistisch, Dead by Daylight. Wieso nicht Mom by Daylight? Warum bist du immer so gut und hast mehr Punkte als ich? 18 zu 7. Ja, ich gebe mir hier immer, hau es hoch, ne? Kannst du nichts machen. So, jetzt springe ich auf jeden Fall weit drüber. Können wir es schon mal an? Oh. Das ist genau das Gegenteil passiert. Oh, du Arsch. Ich stand schon im Weg. Wenigstens habe ich dich auch verhindert, das ist schön. Wenn ich schon nichts machen kann, dann wenigstens will ich dich ein bisschen verhindern. Ich bin drüber dich gesprungen. Du bist da weggesprungen vor mir. Ich habe es gesehen. Da, doch nicht. Ich spring ins Loch. Ah, drüber gesprungen. Ja, jetzt habe ich es. Geil. Ich auch. Dead by Daylight. Also bei Steam ist das billig, aber wie viel kostet das auf PlayStation? Ja. Müsst du mir cool. So. Ich glaube, ich habe schon fast gewonnen. Achso, du bist. Genshin habe ich einmal anprobiert, ist nicht mein Fall. Oder soll ich Genshin Impact anfangen? Oh, ich habe mir cool nochmal angemacht. Nächstes einmal. Hier kann man auch gar nicht so viel falsch machen. Problem ist, nach meinem ganzen Fehlkurs. Oh, 30 Euro kostet. Komisch. Das kostet 30 Euro auf PlayStation. Dead by Daylight. Ja. Und auf PC 3 Euro. Okay. Ja, weil es gerade nicht mal angebot ist. Also Steam-Spiele scheiden bei mir aus. Multiplayer, 16 Euro, wie viele Online-Spiele. Oder wisst ihr was? Ich fange mit Genshin Impact an. Aber ich weiß nicht, ob heute schon. Ich gucke gleich erstmal, ob wir noch ein anderes finden. Noch gebe ich es nicht auf. Ich gebe es auf. Was? Wenn ich was finde, dann kaufst du es auf. Nö. Wie? Nee. Du hast mich gezwungen. Oh, fuck. Jetzt habe ich die Rakete falsch rum eingesetzt. Warte mal, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo ist denn das Summe noch? Du hast oft genug gesehen, wie das ist. Dead by Daylight? Das habe ich bei dir nie gesehen. Wo ist das Loch? Ach, da oben ist das Loch. Ach Gott. Oh, mein Gott. Genshin. Ach ja, Genshin. Ja, genau. Ja. Aber ich war bisher nicht begeistert von Genshin. Aber ich bin ein Gacha-Spieler. Ich glaube, das wäre was für mich. So, hast du das Loch schon getroffen? Noch nicht. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Glaube ich. Wo spielst du denn hin? Da oben ist doch das Loch. Obst, jetzt bin ich runter wieder gerollt? Du bist doch richtig gewesen, da oben. Ist das richtig? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Du warst schon auf der richtigen Ebene. Du hast was noch nicht getroffen. Okay, wo ist das Loch jetzt? Wisschen stark. Du musst hochkommen wieder zu mir. Da, wo du schon mal warst. Oh, Mist. Das Spiel ist so dumm, was jeder spielt. Ja, das merken wir auch. Das ist wirklich so lächerlich. Wirklich. Das ist absolut lächerlich. Ich kenne das nicht. Das tue ich mir. So, ich habe wieder zehn Stege gebraucht. Erraschenderweise. Wo spielst du denn hin? Ich weiß nicht. Das ist völlig falsch. Ich kann mich gar nicht bewegen, aber ich kann auch nicht. Ja, egal. Ich habe Everybody's Tennis. Ah, jetzt musst du zehn Schläge. Das kannst du nicht. Everybody's Tennis. Weißt du, was, Krone? Ich glaube, ich habe danach gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Boah. Aber wenn du streamen willst, also ich kann gerne zuschauen. Dann kann ich nebenbei Captain Zubasa Dream Team spielen. Scheiße, in dem Geschenk ist man so gefangen. Ja, ich habe die Schnauze voll vom Spiel. Das ist echt, das ist ein bescheuertes Spiel. Die drei Euro will ich wieder haben. Ich will auch die 97 Cent, die 79 Cent wieder haben, die du mir verschwendet hast. Gestern Rich, ja? Wo war ich denn gestern? Wo war ich gestern? Ach, ich war Arbeiten bis 20 Uhr. Oh Gott, ey. Die Programmierer sollte mal einmal schlagen. Das ist dumm. Wie kommt das auf vier Sterne? Ich frage mich auch, wie ich das vier Sterne haben kann. Ich verstehe es nicht. Ja, ich war, wie gesagt, Krono bis 20 Uhr arbeiten. Und danach war es so, glaube ich, gar nicht mehr on. Ich kann eh nur noch bis 17 Uhr. Also passt das, ja. Ich suche trotzdem mal fürs nächste Mal, vielleicht finde ich noch ein Spiel. Fürs nächste Mal. Puh, das ist das schlimmste Spiel, was ich, glaube ich, gespielt habe. Nee, es gibt schon noch schlimmere Spieler, aber es ist schon sehr grenzwertig. Es ist wirklich sehr grenzwertig. Bist du im Loch schon? Ich stehe schon drin, ja. Ich finde das Loch gar nicht. Es ist auch schon vorbei. Bist du doch gerade da. Da ist es doch. Es ist vorbei. Spring rein. Ja, da habe ich hinten raus dich ja fast noch eingebunden. Oh, ich bin eine Legende. Ich habe ein Trophäe. Ich bin eine Legende. Weil du auch gewonnen hast. Ja, fünf Online-Multispiele hintereinander gewonnen. Geil. Ja, klar. Mit meinen Schlagen, den konnte ich dich eigentlich überhaupt nicht besuchen. Oder sollen wir vielleicht noch eine andere Welt mal probieren aus Spaß? Du hast aber dafür fünf Runden nur oder so. Ja, wir können ja nochmal die dritte, also das Spiel ist jetzt nicht super, aber wir können nochmal die Weihnachten, nee, die Horror, was haben wir jetzt gerade gespielt? Horror, okay, in Weihnachten haben wir gespielt. Und wir haben nochmal kurz die. Ja, es gibt da nur drei. Damit Chrono sehen kann, wie gut das Spiel bei Horror ist. Horror und dann machen wir aber, machen wir mal Schüsse pro Runde 20, weil bei 10 ist manchmal zu wenig. Und aber da spielen wir weniger. Ja, aber ich bin... Ich bin bloß, dass es noch größere Abstände gibt, oder? Nee, wieso? Ich habe doch gerade auch die letzten drei Runden 10. Mach maximale Schläge. Weiß nicht, was ist maximale. Oh, geil. Gibt es das überhaupt? Nee, 20 ist das Maximale. Okay. Gut, danach ist dann Feierabend. Ja. Danke. Zeigen wir Chrono nochmal, wie das Spiel ist. Richtig gut. Richtig gut. Und dann Kubi Kolo beim Witcher-Spiel. Wenn ihr sehen könnt, wie scheiße die schwingen bei den Jungen. Ja, das ist irgendwas. Wüsste erst, wie schlecht das Spiel wirklich ist. Das ist das schlimmste Golf-Spiel, was ich gegen gespielt habe. Ja. Sogar das 79-Cent-Spiel war besser, als ich es gespielt habe. Oh, das war zu wenig. Du stehst im Weg. Das war zu viel. Weißt du, was das Lustige ist? Ich kann deinen Ball gar nicht wegschlagen. Das ist auch ein bisschen demnisch, oder? Ich schlag voll gegen und ich kann ihn nicht wegschlagen. War zu doll. Das ist doch schlecht. Das geht nicht. Entweder zu hart oder... Ja, das ist kein Mittelmaß. Ja. Ich habe ihn drin. Jetzt hole ich richtig raus. Ich will jetzt gewinnen. Na toll, wir haben jetzt 20 Schläger raus. Du machst ihn jetzt 20 Schläger raus. Oh nein, du hast es viel zu schnell geschafft. Also manchmal geht das ja. Aber das ist dumm. Das ist ja eigentlich verbackt, würde ich behaupten. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Ey. Weil du dich nach vorne gesetzt hast, kam ich nicht mehr vorbei. Ist doch gut. Das ist so bescheuert. Ja. Weil ich ja auch nicht deinen Ball wegschlagen kann. Weil ich schon einen ganzen Schlag mehr gebraucht. Ich komme in 20 Schläger bin ich auch da. Ein bisschen Geduld. Ah, wir hätten vielleicht nur eine Bahn bauen können. Guck mal. Everybody's Tennis. Everybody's Tennis. Everybody's Tennis. Das ist ja, ich fühle noch jemanden auf. PlayStation 2? Wir haben noch sogar ein Tennis-Spiel, was wir zusammenspielen können. Haben wir ja auch schon. Ja, aber das ist, das muss ich wieder reinfinden. Das stimmt. Das ist mal so ein bisschen reinfinden im Spiel. Aber es war an sich nicht schlecht, oder? Ja, war gut. Bist du in einem Loch? Ah ne, da bist du. Hä? Ja, geil. So. Weitergooglen. Everybody's Tennis. PS4. Das ist ja beim PS2-Spiel, steht hier eindeutig. Das ist ja auch, das gibt es einfach auf der Plattform auch. Achso, Share-Play. Ach, jetzt verstehe ich erst, was du mit Share-Play meinst. Genau, da brauche ich das Spiel ja gar nicht für. Aber ne, ich habe leider keinen Bock mehr. Also danach werde ich Captain-Zweiser-Dream-Team spielen. Ne, heute... Und Krono kann gerne Single-Spiel spielen, Witcher zum Beispiel. Ruhig Margin her und dann können wir das gucken. Aber ich selber will nicht mehr spielen. Okay. Ich glaube, ich bin ein alter angekommen, wo ich lieber Let's Plays von anderen gucke als selber zu spielen. Opa. Alter Opa. Ist das auch? Oh Mann. Ey, das könnte meine Runde werden, aber leider sind es noch 1000 Bahnen. Es sieht so aus, als ob ich dumm spiele, aber das geht einem nicht anders. Das ist wirklich... Aber es sah ja bei mir auch so aus. Du kannst... Am besten ist es wirklich so weit wie möglich weg und dann irgendwie hoffen, dass er reingeht. Du bist runtergefallen. Da hinten kann man runterfallen. Du darfst nichts zu doll machen. Du stellst dir runter. War doch nicht zu doll. Ich war eindeutig zu doll. Was war nochmal die Frage? Frage... Ne, also ich... Ich habe gesagt, ich spiele danach gar nichts mehr, aber du kannst gerne ein Single-Spiel streamen, weil ich danach Captain-Zweiser-Dream-Team spielen werde. Ich wusste, dass er jetzt viel zu doll schlägt. Ich wusste schon vorher lachen. Dass das nicht klappt. Aber wir spielen das jetzt bis zum Ende, weil jetzt könnte ich mal gewinnen. Das gibt es zwischen sehr schwach. Das ist so unwahrscheinlich. Stark. Ich habe das Gefühl, ich schaffe unter 20 Schläge. Ja, jetzt mach den mal. Jetzt musst du eigentlich nur ganz, 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 ganz machen. Ganz wenig, ne? Na, zu doll. Ha, jawohl. Jawohl! Du bist Profi. Geh doch. Ich werde das sofort deinstallieren. Ich auch. Ey, warum konntest du durch meinen Bein schlagen? Ich konnte es nicht. Toll, ich... Ich roll da wieder zurück. Und du kommst durch. Nicht zu doll. Doll oder zu schwach? Es gibt kein Mittelmaß. Nein, alles noch. Jetzt holst du auf. Das ist ja schon wieder, du. Gerade. Oh, schon wiederholen, Mann. Diesmal ohne Magnet. Ah, du auch. Das ist nicht schön. Das ist gut. Diesmal nicht entweder zu leicht oder zu schwer. Ich glaube, das sind alles von Fans gemachten Levels. Das ist das Problem. Ich glaube auch, dass alles von Fans gemacht ist. Und es gibt wahrscheinlich eine Trophäe für eine Bahn erstellen. Und dann haben manche einfach nur... Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt rollen die Hohne, Mann. Was macht denn diese Extra-Funktion? Ich verstehe das auch nicht, Mann. Komm, ich nutze sie zwar, aber so richtig mit Tänken. Oh, das ist Krono wütend abgehauen, glaube ich, weil wir nur einen Zuschauer haben. Warte nicht, keine Ahnung. Achso. Ja, das Spiel ist auch scheiße. Hat ihn mir jetzt mal angucken. Das ist lächerlich auch, ja. Man kann ja meinen, wir können da nichts, wenn man nur das Spiel sieht. Oh, jetzt die letzte Bahn. Die große Chance. Ah, zum Glück auch so eine Bahn. Da wird es eine Chance. Wie, was ist? Kacke, ich weiß. Also Kronos Donner da. Ich habe dich vollgeschlagen. Ja, ich höre es mit dem Stream auf. Ich gehe noch mal kurz in den Shop, ob da was cooles ist. Ich gucke auch mal noch mal kurz rein. Ich werde wahrscheinlich Captain Survivor Dream Team spielen. Hey, warum habe ich denn jetzt verloren? Du bist halt bis der Erste. Bei mir steht nicht. Du bist auf dem Podest auf 1. Ach, weil du rausgegangen bist, habe ich 20 Schläge. Bin ich raus? Bei mir. Nee, hä? Da gucke ich bei mir, stehe ich nur auf der 2. Ich habe 20 Schläge gerade bekommen. Ja, Crash. Gut, dass du da bist, aber wir hören jetzt auf. Wir haben keinen Bock mehr. Ja. Das Spiel ist scheiße. So. Gut, alles klar.